Mein liebstes Fortbewegungsmittel Mein liebstes Fortbewegungsmittel sind meine Füße, die mich durchs Leben tragen. Mein erstes Auto war ein Mein erstes Auto war ein Renault 5 im Studium. Und ich glaube, jeder Student und jede Studentin hatte entweder ein R5 oder ein Renault 4. Ein Auto ohne Lenkrad ist für mich Ein Auto ohne Lenkrad ist für mich die Zukunft, nämlich das autonome Fahren. Und darauf freue ich mich schon sehr. Mit Elon Musk würde ich Mit Elon Musk könnte ich wahrscheinlich jetzt bald ins All fliegen. Die größte Entfernung, die ich je zurückgelegt habe Die größte Entfernung, die ich je zurückgelegt habe, war in den Gedanken, nämlich in die Zukunft. Auf den Mond schießen würde ich Auf den Mond schießen würde ich definitiv das Coronavirus und so, dass es auch nicht mehr zurückkommt. Bevor ich sterbe, möchte ich Bevor ich sterbe, möchte ich gerne 111 Jahre werden. Mindestens und dabei noch ganz gesund und fit sein.